Heute ist dein Tag. Was? Heute ist dein Tag. Ja. Heute bin ich dran. Ja, Mann. Voll gut. Also hoffentlich nicht, dass wir wieder nur Teil-This-Fight-Instrumente machen, dann ist dein Tag wieder vorbei. Nee, hoffe ich auch nicht. Ich bin echt guter Dinge, dass ich heute mal dran bin. Ja, das wäre ganz geil. Und ist drauf, oder was? Ich finde es total drauf. Das war... Feuer! Ja. Ja. Titten? Titten? Ja. Ja, ist drauf. Ja, ich habe es verstanden, Tö. Ja, ich habe es verstanden. Ist drauf. Schick das mal, Jost. Tag Nummer drei. Ja, los geht's. Da sind wir. In heiligen Hallen. Moin. Moin. Ah, sorry. Schrocken. Sorry, sorry. Joe ist the busy man, already working. The busy man. Ja. Euch erzähle ich das, aber... Ähm, müsst ihr nicht nach Hause erzählen. Ja. Bin nämlich, nachdem ich nach Hause gefahren bin, dann noch hierher und hab dann die Edits an dem... äh, this flight gemacht. Echt jetzt? Ja, natürlich. Echt jetzt. Alter, Jost, mach mal... Ich wollte es lieber dann, ich war noch wach, ich war noch fit, ne? Ich wollte es lieber gleich machen. Gestern? Ja, gestern. Du musst doch mal Pause machen. Ich hab dann bis um vier Uhr gearbeitet. Nein, Jost! So, was ist dir dann? This fight. Du musst die Foundation legen jetzt. Ich hab ja den ganzen Track für mich, von daher. Stimmt. Should it be easy? Wir sprechen uns in zwei Minuten nochmal. It should be. Ähm, noch nicht? Hey, good morning. How are you doing? What's up? What's up? How are you? Oh, great. Yeah? Yeah, yeah. I fucking slept. Finally, I slept so much. I woke up at six in the morning, I was laying back down. Next thing I know, thank God I had an alarm set. Yeah. Yeah. I'm doing this. Good! It's almost 12. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. I'm doing this. This is to be the guitar doing. Der Vers ist nicht so lang. Du sagst ganz schön. Oh, ich dachte, du wärst den Vers. Nein, nein, nein. Ich muss in die Part, in die wir ein Problem haben. Es geht in die Section vor dem Chorus. Spiel den Vers, ich will es hören. Spiel den Vers, wie du in den Chorus gehst. Spiel den Song im normalen Zeit. Okay. Ja, gerade ist ein bisschen der Wurm drin. Das fight groovt irgendwie nicht. Irgendwas bringt den Groove raus. Und ja, wir versuchen gerade rauszufinden, was das ist. Und ja, mal gucken. Hoffentlich finden wir's. Wir müssen die B-B-Section starten. Und jetzt ist es so, wie du das B-B-Section startst. Und jetzt ist es so, wie du das B-B-Section startst. Aber ich weiß nicht, warum. Weil ich glaube, dass das Guitart part, das Rhythm ist nicht richtig. Um. Das ist es. Ich bin nicht der Wunsch zu fangen. Ja, das ist nicht der Wunsch zu fangen. Das ist nicht der Wunsch zu fangen. Ich bin nicht der Wunsch zu fangen. Das ist, wo der Hits ist. Das ist, wo der Vocal ist. Das ist, wo der Hits ist. Und jetzt, du machst etwas anders, und du machst etwas anders. Und diese Part so einfach wie ein Mist zu mir. Okay. Wir sind fündig geworden. Wir haben eine kleine Session gemacht, wo wir es gespielt haben. Und Stevie ein bisschen Instructions gegeben hat. Und dann haben wir relativ zügig rausgefunden, was das Problem ist. Und es war einfach ein Takt, der zu viel war. Und der da nicht hingehörte und den Groove kaputt gemacht hat. Weil wir da eine ungleiche Taktanzahl hatten. Und jetzt passt es. So. 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 Okay, so let's listen now. The choruses, let's hear what we have on the choruses. It's just the back, back, back. It's not quite a solid, right? Let's try to get through the track. Yeah, that was a good one, especially the ones at the very beginning. All right. That was good. Good one, Hauke. I like that one. Okay, so let's loop the other verse loop into this verse here and see what it sounds like. That was very late back, right? Yeah! Fuck it sound like it's style. Okay. Also. Drums sind so weit drin jetzt und Hauke hat geliefert und es ist tight. Und jetzt ist Lenny wieder dran. Na? Freust du mich? Yeah! Ja! Ja, geil! Wie Hauke sagt, was nichts besser ist, als den ganzen Tag Bass zu spielen. Eigentlich nix, ne? In meinem Fall dann den ganzen Abend wahrscheinlich. Ach, das war. Dann kriegen's besser hin. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Also für mich? Ja, das war viel besser. Let's listen. Ja! Da sind wir wieder. Wir sind gerade dabei, den Bass für This Fight nochmal zu optimieren. Mhm. Und ich schätze dann geht's nochmal um die Gitarre. Bin ich wieder dran? Ja, ich hab schon die Ansage gekriegt, Vocus kommt morgen. Also entgegen unserer anfänglichen Hoffnung von heute, dass ich heute was zu tun krieg. Das kommt morgen. Ja. Ansonsten war's das erstmal wahrscheinlich. Und vielleicht melden wir uns gleich nochmal mit Gitar-Takes. Ja. Hoffentlich nicht. Hahaha. Ansonsten sehen wir uns morgen, würde ich sogar fast schon mal sagen. Und ja, dann geht's weiter. So ist es. Cheerio. Bye. Booper. Ja. Joost is doing his Joost magic. Ich habe jetzt keine Aufnahme gemacht, sondern erstmal noch ein bisschen eingestellt. Klappe, die fünfte, es ist Tag Nummer 4. Wir haben heute das Fight schon abgenickt. Also Domi's Vocals fehlen leider immer noch auf allen Tracks, Domi wurde bisher immer noch verschont. Domi hatte noch nicht den Hot Seat, ich bin bislang um den sogenannten Hot Seat rum rum gekommen. Aber Hauke sitzt schon wieder drin. Hauke sitzt schon drin und macht Percussion, weil wir sind jetzt am dritten Song Little by Little. Genau. Ja, dann schauen wir mal, was heute so passiert. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ihr seid überall dabei. Any famous last words? Ne, lass uns einfach mal... Wir schauen einfach mal. Lass uns Hauke zeigen. Yeah! Check ich mal. Ja, da war noch versehentlich mit drauf. Ähm... Hallo? 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 Wir haben auch für Tier gewartet. Anweisungen nach wie vor vom Chef. Anweisungen nach wie vor vom Chef. Ansonsten... Tambourin. rotsten. Da ist die. Es wird gar nicht gut in der Hand rehabilitation, aber... Ja. So wie vor ist alles? Das ist völlig böse. Ne, das ist irgendwo, was ist jetzt mal Little by Little, wie ich kann. Hey? Joost, ist Little by Little gut geworden? Jo, würde ich sagen. Das ist Begeisterung. Ich meine ja. Oh, das ist voll unbehörend. Du bist in Hauke. Das ist bloß. So und als nächstes ist dann... Das entscheiden wir gleich. Das entscheiden wir gleich. Scheff. Cheffe. Du sitzt eigentlich auf dem Chefplatz. Ja, ich muss ein bisschen weiter links. Bleib sitzen, dann färb die Kreativität ab. Und das geht. Das ist ein ganzes Jahr Arbeit. Wir versuchen, wie wir das anrufen. Wenn ich das anrufe, war es kristallisch klar zu mir. Aber es scheint ein bisschen verurteilt. Ja, ich versuche, wenn du in den Bars in die Kreativität bist, dann wird es kristallisch klar zu den 300, 200 Menschen, die kommen. Oh, das hört sich. Du hast viel Material da. Was haben wir noch? Mach mal Litt. Ich weiß nicht, ob er immer die Anweisung gemacht hat, dass du bei den Übergängen durchaus aber einen Crash-Abschlag machst. Also wahrscheinlich auch aus dem Refeuer zur Strophe. Ja. Ja, okay. Ah, stimmt. Das habe ich nicht gemacht eben. Nee. Ja, richtig. Ja, weil du noch unsicher mit dem Finden der Grooves warst. Wir sind einfach nicht schnell genug. Nee, wir sind zu langsam, Just. Wir sind einfach zu... Was tust du da? Was will Andi gerade schicken? Was tust du das? Mit Andi. Alter, ist das lange her. Ja. Was singt das? Mama. Echt? Ja. Nein. Echt? Aber wir haben jetzt einen Song, den wir... Ja, wir machen jetzt Litt nochmal. Litt komplett reborn. Und Hauke macht schon Notizen hier. Nee, nicht komplett reborn. Nein, aber zu... Refurbished. Refurbished. Litt 2.0. Ja. Ja, los, dann lass mal anfassen. Okay, dann let's fetz. Das ist laut, ne? Die laute Scheiße, ey. Ich gehe da wieder rein. Das ist mir zu laut hier. Das ist mir zu Rock'n'Roll, Alter. So, Leute. Tag vier? Vier. Tag vier ist durch. Morgen Vocals, finally. Litt ist neu. Alles anders. Aber es ist geil. Stevie weiß einfach, was er macht. Stevie weiß, was er macht. Wir haben jetzt alles dabei. Wir haben Shaker da drin. Wir haben Tambourine drin. Wir haben Triangle drin. Alles. Everything. Alles. Triangle, nigger. Triangle, der hat Triangle. So geil. Also, bis morgen. Cheerio. Na? Tschüss. 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 Tschüss.